Hallo ihr Lieben, der Ritzo macht wieder ein Adventstüren für euch auf und heute habe ich für euch gebacken. Und zwar schaut mal hier Baigli. Ungarischen Baigli mit Mohn und mit Walnussfüllung nur für euch. Ganz frisch aus dem Ofen. Hier schaut mal her. Ihr Lieben, das gibt es heute in meinem Türchen für euch. Also eine schöne Adventszeit euch. Ciao.